Wenn die Lucy dann halt nicht immer alles dran setzen, würde das mal hier abfackeln. So. Priorität hoch. Ja, jetzt werden sie alle hier nach und nach verhaftet. Ich hoffe, ich habe genug Platz im Gefängnis. Oh. So. Wie ist die Lucy? Lucy hat Zwillinge. Lucy ist sechs Jahre alt. Sperre den Nugget ein. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir ja nicht. Oder? Wer ist hier unzufrieden? Gefangen oder was? Ist mir doch egal. Ja, weitere Generatoren könnten weiterhelfen. Das weiß ich auch. Ich habe versucht zu bauen. So. Was? Achso, kein Strom. Das Problem hat man schon mal. Sind es denn jetzt die Generatoren, die nicht ausreichen? Oder sind es die Windräder nicht ausreichen? Hier ist ja nur eine Batterie hier. Alter, die sind ja gezogen. Was, ey? Wehe. Lucy. Das glaube ich dir auch noch aufs Wort. Das ist das Schlimme. Die sind leergezogen. Habe ich schon wieder ein Kind gekriegt, oder was? Bin aber auch eine kleine Gebärmaschine. Okay, jetzt fängt der Anwender zu speichern, aber... Das sind die Befehle, übrigens. Wir geben wieder viel aus, aber es kommt nicht genug rein. Ich hätte doch auf Atomkraft oder so setzen sollen hier. Scheiß Umwelt. Entschuldigung. Wir kriegen die alle gar nicht geladen so schnell, ne? Der lädt gar nicht. Der ist auch schon wieder... Ja, wir haben jetzt schon wieder kein Strom mehr. Boah. Ist das genug Punkte? Probe ich wieder mal nicht connected. Ich muss mal gucken. Ich muss hier irgendwie so ein bisschen aufteilen. Ist das auch von mir hier? Ja, das ist Plastikfabrik und Elektronikkomponenz. Ich versuche eine andere letzte Mal. Feier... Du-du-du-du-du-du-du-du. Na. Ruh hierhin. Mann. Das ist mir Ruhe. Zuh. Boah, gerade ist bei anderen so egal. Ah, jetzt, hier geht ja gar nichts mehr ohne Strom, ne? Huuuuh! Shit! Das merk ich ja jetzt erst. Uuuuh! Stimmt's, wir sind ja schon im, 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 oh, jetzt geht hier gar nichts mehr, äh. Dung, 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 dung. Kann mir ja auch mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, äh, ja. Ups! Es gibt eine Stromknappheit, erzähl mir doch mal was Neues. Außer eine Stromknappheit. Weiß ich nicht schon. Boah, ein paar Punkte weniger hier. Zack! Das geht auch, ne? Ich würd, ich würd ja gerne, äh, äh, füll, äh, füll, äh, den Strom auf oder so. Das wär was. Die, die Ressourcen sind verschwunden. Nein! Ach, Mann! Der kriegt die Batterien gar nicht geladen hier, äh. Alter! Mann! Ah, du wirst aber jetzt aus dem Knast entlassen, wenn du es halt überlebst. so. Die Lucy verarbeitet Steine. Gehen wir erstmal gucken, hat die Lucy denn jetzt so, äh. Lucy, zwei Kinder. Neun Jahre alt. Und, du hast keinen Schulabschluss. Traurig. Das geht ja mal gar nicht ohne Schulabschluss eigentlich. So! Ja! Solarplatten! Gut, Lucy! Gut! Dafür brauchen wir bestimmt Glas, was ich nicht hab... Oh! Hoppla, der, der Teich ist ein bisschen leer gesaugt. Das wird sich doch hier super in unserem, äh, Windstrompark machen. Was brauchen wir denn dafür? Ja, elektronische Komponenten. Vielleicht sollten wir uns hier mal eben einmal regnen lassen. Ja, dann, dann gehen wir in die Schule. So. Endlich. Wir können endlich Strom machen mit Solar. Macht sogar Happy. Zwar geht die Kriminalität zwar nicht runter, aber, äh, ne? Ich hab schon wieder ein Kind geboren. Ich bin der Kindergebärer. Äh, Gebärerin. Ich bin der Weiblich. Preiset die Sonne! Mögen seine Strahlen unsere Städte mit Energieversorgung unsere Häuser erwärmen und unsere Haut ausstrahlen. Ohne verbleibende Schäden zu verursachen. Wir und die Umwelt danken ihnen für die endlose Versorgung mit sauberer Energie, die sie uns schenken. Ähm, wäre schön, wenn wir dieses irgendwie noch hinkriegen. Weil auf Wind, äh, ne? Wie man sieht, wir produzieren gar nicht mehr so viel Strom wie wir ausgeben. Wir geben mehr Strom aus als, äh, jo. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen die Priorität hochsetzen. Äh, natürlich. Strom fällt schon wieder aus, weil wir haben nix. Wir haben ja nix. Ding! Oh, wir haben... Verschlafene Frühlingsdings. Das hat er schnell gebaut. Das gibt Laune. Kurierhütte baut er auch nicht, warum auch? Darauf geschissen. Wir haben auch schon Kuriere. So, die Fischerhütte könnten wir auch nochmal upgraden. Ich sollte aufhören zu upgraden. Und ihr könnt voten. Spin für den Tornado. Äh, oder eben halt, äh, CP für Crater Points. Oder eben, äh, ja. Ähm, Hashtag Death. Ja, wir haben keinen Strom. Ich hab's mitgekriegt. Der Sommer hat endlich begonnen. Ja, sehr schön. Hm, schwere Entscheidung. War Lucy? Hohohohoho. Ich... Ich find, CP ist auch eine ganz schöne Option. Achso, das ist ein Holzfäller hier. Megaschwer, jaja. Lass dir Zeit! Lass dir Zeit! Du hast alle Zeit der Welt! 20 Sekunden Ey Von wo? Was ist da passiert? Passiert es noch? Passiert es noch? Es passiert Oh, was trifft der denn? Nein Lucy, was habe ich dir getan? Ich war doch immer nett zu dir Ich war doch immer nett zu dir Oh nein Das Glück ist so gering, dass es zu Unruhen kommt Das auch noch Unruhen und Meteor Lucy Lucy isst, ja Tut nichts Ja Geh trinken Ja, was hat der noch? Oh, erst mal einen Schluck selber trinken Was würde treffen Was geht kaputt Ich tippe auf meine Raffinerie Leider Und hier meine Windturbine Ob es noch was bringt, hier das Gebäude zu reparieren? Warum? Meuterei Unruhen Und dann das noch? So, da hast du es Jetzt passiert es Da kommt es Alter Wenn ich schnell repariere, ob das reicht? Nein Nein Nicht das Steinbeerwerk Was das? Es war doch der Es war der Steinbeer Mein Steinmetz Schon wieder Das hat irgendwann Bei der letzten Stream Irgendwie schon In die Luft geflogen Erholung Ja, hier nicht Komm, hier Wir fliegen eine Runde Mit dem Heißluftballon Als Versöhnung wieder Oh Da ist jemand sauer Jetzt wird geschimpft Und war ein Hund In der Ballon Aua Das gibt es noch nicht Da hat die so einen Spaß dran Oh oh Unruhe Hier gibt es irgendwo Unruhe Ist doch die Lucy da mit Steine wirft Danke Lucy Steinraffenerie war das Ne Mhm Hey Wo? Wo sind denn diese Unruhen hier? Ich höre sie nur Oh nein Oh nein, schon wieder infizierte Zonen Und so weiter Ey, das gibt es doch gar nicht Aua Ich wollte die auch treffen Na, komm mal her, Mädel So So, Wachtturm ist auch fertig Ich hatte irgendwo gerade noch was Kaputtes gesehen Ja, gucke ich mir jetzt mal besser an Ne, du fährst jetzt gerade Du gehst Nahrung sammeln Und ich hebe Ressourcen ab Es gibt eine Stromknappheit Jetzt sag mir doch mal was Neues hier Hier wird gerade jemand verhaftet Aua Da Ich höre doch schon wieder Steinewerfer Wo? Alter, wie viele Polizeiwagen hier gerade Durch die Gegend Düsen Da sind sie Da sind sie, diese Elendigen Diese Kriminellen Und hier Irgendwie hier Hö Ö Feuerwehr? Ich habe keine Feuerwehr, ne? Ich habe eine einzige Feuerwehr, glaube ich Ich bin echt zürnt Ich lasse es regnen Wie war diese Leute mit ihren Unruhen hier Oh oh Wo sind sie? Schon wieder droht irgendwann einzustürzen Warum? Ich habe euch nichts getan Nee Ja, die sind Recht unzufrieden gerade Dann ist, wenn die keinen Strom haben Dann werden die aber Da gehen die Dann drehen die aber ab Doch Die keinen Strom haben So So ungefähr Als ob man dir da WLAN jetzt kappen würde, wa? Hau ab Ihr blöden Aliens Schießt da um Was wir da hier Was geht's ja nicht, ey Hey, es gibt eine Stromknappheit Hätte das gedacht Oh Ist auch nicht mehr viel Wasser hier drin Wir sollen es mal regnen lassen So Danke für die Glasfactory So Raumfahrtechnik sollten wir mal ein bisschen erforschen Vielleicht sollen wir auch schon mal in den Luftverkehr gehen Und Aerospace Bauen wir auch Und das ist demnächst Ah ja Glasfabrik haben wir, äh, gekriegt Forschung abgeschlossen Haben wir nicht schon eine Glasfabrik? Oder es war nur eine Verbesserung Da Was macht der da? Der klaut eine Kuh Oder was auch immer das ist Hau ab Die machen mir Angst langsam hier Die Außerirdischen Ich brauche Leute mit Universitätsabschluss Genau Ein Glas Ich glaube unser Klonforschungssystem Äh, Forschungszentrum Da steht noch nicht, ne? Ich sollte es mal langsam irgendwie so zwischendurch Vielleicht mal öfters riechen lassen Irgendwo So generell Irgendwo Irgendwann Zwischendurch riechen Zwischendurch riechen könnte nicht schlecht sein Echt? Lädt der langsam? Achso, du bist ja noch am Downloaden, ne? Nebenbei Kann das sein? Du bist glaube ich noch am Downloaden, ne? So, da gehen wir noch mal fünf Öl hin So, ich glaube ich muss noch mal eben gleich eine kleine Hochabpause machen Was denn? Was denn? Nee, ey Ich hab nix gemacht Ich war's nicht Egal was Ich bin die Unschuld vom Lande Jetzt höre ich dich wieder Ja, Entschuldigung Ich hab auch den Mund aufgemacht Tut mir leid Tut mir leid Benachrichtigung Das sagt mein Steamlabs Die Frage ist, äh, bist du nebenbei Oh, au, au Ähm, noch, äh, Borderlands am runterladen Denk dran, äh, ne? Das, äh, Download auch relativ echt viel, äh, Ressourcen frisst Das waren die Kilobytes 6200 Kilobytes die Sekunde Beziehungsweise jetzt 6400 Ich kann's reinziehen, aber bringt jetzt ja nix Das sieht man ja eh nicht Äh, wie gesagt Über 6000, äh Ich glaub das schlechteste ist irgendwie gerade 6182 Kilobytes die Sekunde Sollte, sollte eigentlich Nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt, äh Hui, da kommt der Sollte eigentlich nicht unbedingt An meiner Glasfaserleitung liegen Wenn, liegt das wahrscheinlich an, äh, Twitch selber Da gibt's ja auch ab und zu mal, äh Dankeschön Discord? Achso Ich bin jetzt gerade nicht online Discord kann natürlich auch sein Je nachdem, ja? So, ich würde mal eben ganz kurz Eine kleine Pause machen Und wir verfolgen dann einfach die Lucy dabei Aua Wir verfolgen die Lucy Ich mach dann mal eben hier so Einmal Mikrostumm Ich bin mal eben ganz kurz Für kleine, äh Für kleine Nuggets Und, äh Mach mal eben direkt Eine Wolke Währenddessen Muss mal eben sein Bis gleich Ich bin mal eben Ich bin mal eben Vielen Dank.